Digga, wir starten einfach jetzt sofort, weil... Digga, bis ich da hinkomme, wo ich wieder war, Digga... AHHHHHHHHH! AHHHHHHHHH! Oh, ist wieder ein langer Weg, Digga. Ist halt wieder ein super langer Weg. Und ich hab die Steuerung jetzt schon komple... Digga, ich bin wieder komplett unten. Haha, wieso mach ich das eigentlich wieder, Bro? Bitte, Bro, ich möchte heute ansatzweise einen Fortschritt haben. Bin, vielen Dank für die 2 Euro mit der Nachricht. Das böse Kind aus Toy Story. Was? Wahrscheinlich das böse Kind aus Toy Story, Digga. Er hat auf zu spenden mit solchen Nachrichten. Hä? Hier sieht's ja genauso aus wie bei Jugga, hahaha. Digga, der Joe kommt immer, wenn ich hier bin. Drüben, drüben. Ganz ruhig, okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist es jetzt schlimm, wenn ich hier bin? Ist es schlimm oder nicht? Digga, solange ich nicht ganz unten bin, alles easy, Digga. Rasti, vielen Dank für die 2,50 mit der Nachricht. Du musst hoch und nicht runter. Laber, Digga! Laber! Ich muss hoch und nicht runter. Laber, geil, Digga! Laber! Ich muss hoch und nicht runter. Laber nicht, Digga, wirklich! Bro, wie kann man hier überhaupt runterfallen? Das geht gar nicht. Real Talk, das geht gar nicht. Du kannst gar nicht runterfallen. Und ich hab's geschafft. Also man kann nicht bitte auf die Orange, Digga. Ich möchte mal kurz sehen, was passiert, wenn ich die Orange wieder schiebe. Die Stelle ist unfair. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Und wenn du hier einmal runterfällst, du bist komplett unten. Komplett. Ganz ruhig. Ich spiel ganz ruhig, Digga. Oh mein Gott, ich war noch nie so weit. Oh mein Gott, Digga. Ich war noch nie in meinem Leben so weit hier. Das ist halt wirklich, das ist gerade, das ist New Record, Digga. Digga, warte mal, wie soll man denn da vorbeikommen? What? Warte mal kurz, hä? Hä? Wie soll man denn hier vorbeikommen? Digga, das geht doch gar nicht. Bro, was ist das, Alter? Bist du im Kessel? Wie? Ja, ich bin gerade im Kessel. Oh mein Gott, Digga. Lass dich fallen, ja. Lass dich fallen, Digga. Wir spielen slow jetzt. Wir spielen ultra slow, ja, genau. Kann ich mich so nach oben boosten? Geht das? Geht das oder geht das nicht? Okay. Okay. Ey, lasst ihn kochen. Lasst ihn kochen, Jungs. Das holen wir. Please, Digga. Ich will einfach an dieser Stelle vorbei. Lass mich doch... Digga, muss ich nach da oben gehen? Nein, nein, ich schaffe das doch ohne. Dass der gar nicht so krass rutscht. Oh mein Gott. Oh nein, Digga. Jetzt bin ich wieder komplett unten. Oh nein. Jetzt sag ich auch sowas, Digga. Wie soll ich so einen Scheiß, Bro? Ja, zurweil, Digga. Jetzt, 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 jetzt. Okay, 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 okay. Lass ihn kochen. Okay, okay, wir haben's. Wir sind wieder hier. Das ist easy. Du kannst dich halt immer hier so nach oben pushen. Das geht schon. Oder wie, 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 wie hab ich denn vorhin gemacht? Ja, guck, ich bin wieder hier. Perfekt. Guck mal, so schwer ist das gar nicht. Wirklich. Oh, Mann, Alter. Bittesch, ich hab kein... Ey, okay, ich bin nicht ganz unten gefallen. Das ist okay, ist okay, ist okay. Okay, ich bin nicht ganz nach unten gefallen. Das ist alright, Digga. Das ist alright. Digga, bitte. Digga, lass ein, was ich eng, Alter. Dieser Hammer ist... Ergibt gar keinen Sinn, Bro. Setz einen Checkpoint mit Alt-F4. Digga, auf sowas fall ich nicht rein. Bro, wieso ist es hier so rutschig? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, wirklich. Das ist das weiteste, was ich jemals war, ne? Ich weiß aber nicht, wie man hier weiterkommt. Das ist das Problem die ganze Zeit, Digga. Okay, richtig mit der Ecke kuscheln, Alter. Let's go, ja. Okay, ich kann hier stehen bleiben. Das ist gut. Okay. Er kann nicht drauf stehen bleiben, Digga. Er kann halt wirklich nicht drauf stehen bleiben. Ich weiß nicht, was mir hier tun muss. Ey, bitte. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh! Okay. Okay, okay. Digga, einen Schritt nach vorne, zehn nach hinten. Ich hasse dieses Spiel einfach so heftig. Jetzt ganz ruhig, auf den Stuhl. Auf den Stuhl, Digga. Auf den Stuhl. Nein, 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 nein. Nein! Man, bitte bleib einfach oben. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, Bro, bitte nicht. Bitte nicht ganz nach unten. Bitte. Wie sehe ich denn aus, Alter? Als ob ich das Ganze jetzt nochmal mache. Bro, wieso dachte ich sogar, dass das fast das Ende ist? Als wir zum ersten Mal hier waren, ne? Als wir zum aller, aller ersten Mal hier waren, dachte ich mir, hä? Wieso sind wir denn schon fast am Ende? Easy one. Easy one. Easy! Ich mach's jetzt einfach schnell und schmerzlos. Gleich geht's wieder runter, lol. Nee, niemals. Niemals. Okay. 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 Wir sind wieder... Okay, wir sind so alt, war ich noch nie. Digga, das Problem ist jetzt, was mach ich? Ruhig spielen jetzt, Bro. Was... Ich weiß nicht, was ich jetzt hier tun soll. Guck mal, Bro. Ich brauch safe wieder einen Boost. Und ich bekomme das nur von hier, oder? Ja. Ich glaube, ich bekomme ihn von hier. No cap. Ich bekomme ihn von hier unten. Oh nein, Digga. Jetzt geht's wieder los. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Okay, Bro. Ich bin gerade so happy, dass ich nicht ganz nach unten... Äh... Oh mein Gott, Digga. Bro, ich bin gerade so glücklich, Digga, dass es nicht ganz nach unten gefallen ist, Digga. Ja! Immerhin nicht ganz nach unten. Okay, krass. Okay, okay. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Oh, Bro, das... Das war der Jumpscare? War das der Jumpscare, Digga? Haha! Wie wack! Was war das denn? Okay, ganz ruhig, Digga. Ganz ruhig jetzt. Wir spielen so safe jetzt. Bro, ich hab noch nie in meinem Leben so safe in irgendeinem Game gespielt. Okay. Stopp, 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 stopp. Okay, wir spielen so safe. Bro, wir spielen anders safe sein im Arm. Lass ihn kochen. Lass mich kochen, Alter! Lass mich kochen! Okay, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ja, okay, lass mich doch nicht kochen. Okay. Ich finde halt, dass das hier halt no joke schwerer als das, was oben ist. Ich weiß nicht, wieso. Oder ist das gleich schwer? Weil für mich kommt das jetzt... Für mich kommt das jetzt gar nicht so krass rüber irgendwie sogar, ne? Ja, 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 ja! Ja! Okay. Okay, wir sind wieder oben. Okay, okay. Wir sind... Wir sind... Aber ich weiß halt nicht... Ich weiß hier nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich hier vorhin nach oben gekommen bin. Ich weiß halt echt nicht. Bro, war es irgendwie so? Ne. Bro, wie bin ich hier nach oben gekommen vorhin? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ne, keine Ahnung. Scheiße. Ich... Digga, weiß es irgendjemand? Ich weiß... Du musst auf den Puma-Kopf. Danke für den Tipp, Digga. Lava. Ne, so kommt man niemals... Ne, 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 so kommt man niemals hoch, leider. Oder? Kommt man so hoch vielleicht? Ne. Oder? Oder? Nein, 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 nein. Okay, okay, alles gut. So kann man hochkommen. Okay? So kann man hochkommen. Alles easy. Nein, 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 nein. Nein! Bro, es war wieder so knapp, Digga. Ich war doch oben. Ich war doch oben, Digga. Ich war doch oben. Oh, ich will diesen Weg nicht mehr gehen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Pakete. Ich will nichts mehr hier sehen. Digga, wer schreibt Full Risk rein? Nein! Nein! Bitte, hör auf, mich die ganze Zeit nach unten zu schicken. Wir gehen wieder hier nach unten. Wir gehen safe. Bro, denkt ihr, ich habe eine leichte Zeit gerade? Denkt ihr, das ist lustig? Okay. 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 Auch noch nie passiert, aber wir können so weitermachen. Okay, so können wir weitermachen. Boozer mit 2,50. Und der Nachricht, Mobbing verbindet. Da hast du recht, Bro. Mobbing verbindet, aber halt außer eine Person halt, ne? Außer eine Person, aber ansonsten verbindet. Damn, Boozer, wie schlau. Bro, mittlerweile freue ich mich gar nicht mehr, wenn ich hier bin. Es ist wirklich scheiße hier. Oh, warte mal. Wow, wow, wow. Das hatte ich aber auch noch nie. Ja, ich weiß auch, wieso ich es nie hatte. Ey, Leute, hört auf, HAAA reinzuschreiben, Bro. Das ist echt nicht lustig. Boozer, vielen Dank für die 2,50. Mit der Nachricht, alle jetzt Augen in den Chat. Wir machen Auge. Bro, hört auf, Augen reinzuspammen in den Chat. Nein, Bro, hört auf, Augen in den Chat zu spammen. Boozer, was machst du? Macht bitte kein Auge. Bitte. Macht kein Auge. Hör auf, Augen reinzuspammen. Hör auf, Augen reinzuspammen. Digga, was ist jetzt los? Hä, wieso? Bro, bitte was auf, Augen reinzuspammen. Bitte was auf. Jetzt den Hammer hier rein. So schön, den Hammer hier reinziehen. P. Schmidt, vielen Dank für die 2.50 mit der Nachricht. Warum tust du dir das Spiel an? So buggy? Wieso ist das so buggy, Digga? Wieso ist dieser Daumen so buggy? Oh mein Gott, so hoch war ich noch nie, Digga. Ja, ja, das ist es, ja. Ich hab's, das ist es. Alles gut. Du fällst gleich wieder runter, ich weiß es. Ich fall hier nicht runter. Oh, ist hier, ist hier eine Art Checkpoint? Oh, ich komm jetzt hier rüber. Hä? Hab ich einen Checkpoint erreicht? Das ist ein Checkpoint, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein, oh mein Gott. Das ist ein Checkpoint, ne? Das ist ein Checkpoint. Oh nein, was kommt denn jetzt? Wird ja immer schlimmer gefühlt. Hä, wie kommen wir nach da oben? Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Oh, jetzt kannst du halt richtig dumm spielen. Oh nein, okay, warte. Nee, nee, ich nehm alles zurück, Digga. Okay, ich mach's nicht. Nee, nee, ich bin nicht dumm. Du rutschst einfach nach unten halt, ne? Ja, vorbei, Digga, krass. Einfach nach oben gehen. Digga, es geht nicht. Du kommst nicht nach oben. Digga, ich bin so froh, dass dieser eine Part jetzt vorbei ist, ne? Oh mein Gott, Digga. Es ist so geil, mal wieder ein bisschen gechillter zu spielen. Und dann geht's mit dem Video. Vielen Dank.